Wer der Feuerwehr-Veliz will zu wissen, das bin ich. Alter, wenn du Wassertrupp bist, das wollte ich dir schon mal sagen, dann läuft das meistens sogar gut. Das Standrohr, das wird nicht nur gespült, das wird von innen poliert. Der Unterflügel dran war danach noch nie so sauber, wie wenn du dran gewesen bist. Du bist so ein geiler Wassernehmer und die Schläuche von der Pumpe aus gehen dir nur ab wie eine Pershing. Und das ist genau deine Stärke. Du bist der geilste Wassertrupp. Mach weiter so. Sehr geil. Meistens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017